2013 hat Jupp Heynckes mit den Jungs Triple abgeräumt und da war auch eine super Stimmung, alle prima. Und dann kam, weiß ich noch genau, erst das Training und Guardiola hat gesagt, ja, ich werde da nicht so viel verändern. Und nach einem Vierteljahr hast du die Mannschaft nicht mehr gekannt, die hat alles zertrümmert. Da war auf einmal der Alaba halb rechts im Mittelfeld und der Contento hat Innenverteidiger gespielt und da hat jeder alles auf einmal gespielt. Aber so schlecht haben sie nicht gespielt damals unter Guardiola. Aber das ist vielleicht ein sehr harter Ausdruck. Ja, aber das habe ich ganz bewusst gewählt, glaubst mir. Ja, aber die Champions League haben sie nicht gewonnen. Aber wir können es ja eigentlich festmachen an einer Personalie bei Bayern München, Thomas Müller. In seiner Zeit unter Kovac, wenig beachtet, wenig geredet, wenig Vertrauen bekommen. Thomas Müller war auf der Bank, durfte mal fünf Minuten, sieben Minuten, elf Minuten spielen. So, normalerweise spielt Thomas Müller immer. Dann gibt es den Trainerwechsel zu Flick. Auf einmal blüht Thomas Müller wieder auf, so wie wir ihn kannten, gefühlt zehn Jahre am Stück. Er war überragend, er hat Tore geschossen, vorgelegt und war wieder der alte Thomas Müller. Und das ist hier der entscheidende Faktor jetzt bei Nagelsmann. Wir können das ja noch gar nicht beurteilen, weil ja erstmal Spiele gespielt werden müssen. Aber, das ist die große Kunst. Wie gehe ich mit diesen Spielern, Lewandowski, Müller, Kimmich, Goretzka, Neuer, wie gehe ich mit denen um? Im menschlichen Bereich, denen muss ich nicht mehr sagen, wie sie laufen müssen oder was sie zu tun. Das wissen sie selber. Ja, aber wie gehe ich mit ihnen um? Wie rede ich mit ihnen? Und da kannst du ganz viel falsch machen und Fehler machen. Oder Führung, Hitzfeld oder auch Heinkes, diese Jungs eher in Ruhe zu lassen und denen auch zu vertrauen, weil die werden diese Mannschaft führen. Und da ist halt die Frage, ob Nagelsmann so weit ist oder ob er nicht überzieht oder in so Saisonphasen. Das ist die, ich glaube das ist die spannendste Frage.